Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Bei ihr ist jeden Tag etwas los. Schwimmen oder zelten gehen, reiten, tanzen, Uferstehen. Pizza backen macht ihr Riesenspaß. Bei Conny, da passiert immer was. Ja, hier kommt Conny, alle lieben Conny. Jeder neue Tag macht sie groß. Ja, hier kommt Conny. Ich schlaf heute bei Julia, ich schlaf heute bei Julia. Freust du dich? Ja. So, haben wir jetzt alles? Nur noch Teddy. Ja, stimmt, Teddy. Guck mal, was noch in der Küche stand. Oh ja, danke. Jetzt habe ich aber alles. Na, dann kann das Abenteuer ja beginnen. Bekomme ich noch einen Gute-Nacht-Kuss von dir? Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei Julia. Ich freue mich voll. Wir können die ganze Nacht wach bleiben. Ähm, das müsst ihr mit Julias Mama klären. Aha. Und wenn du nicht einschlafen kannst, dann kann uns Julias Mama jederzeit anrufen. Aber wir wollen gar nicht schlafen. Wir wollen spielen. Genau. Und zwar die ganze Nacht. Na, da habt ihr euch ja was vorgenommen. Dann viel Spaß. Ich freue mich. Mhm. Komm, wir gehen in mein Zimmer. Wir können Muckel und Max füttern. Oh ja, das machen wir. Wir haben deine Matratze direkt neben mein Bett gelegt. Super, ich habe eine Höhle. Hä? Oh. Sind die niedlich? Mhm. Das ist mein Muckel. Er ist sehr neugierig. Und Max da? Der gehört Leon. Du darfst sie ruhig mal streicheln. Ehrlich? Mhm. Oh, haben die Hunger? Ja. Sie sind den ganzen Nachmittag rumgelaufen. Willst du Muckel füttern? Oh ja. Hier, Muckel. Komm, das ist lecker. Gleich knabbert er dran. Hallo, Conny. Hallo, Leon. Kommt ihr? Wir gucken gleich den Film und wollen noch Fritten machen. Ja. Okay. Wascht euch bitte die Hände. Machen wir. Mama, wir helfen dir. Ja. Schön, dass ihr helfen wollt. Ihr könntet das Gemüse schon mal panieren, ja? Ich dachte, es gibt Pommes. Nein, Gemüsefritten. Total lecker. Hier, das ist das Eigelb. Und das ist das Paniermehl. Hä? Komm, ich zeig dir, wie es geht. Du tunkst sie hier ins Eigelb. Und dann ins Paniermehl. Und schon ist es fertig. Oh. Aha. Und die brutzel ich in der Pfanne. Schön knusprig. So. Das ist unser Dip. Ich lege schon mal die DVD ein. Fertig. Oh, toll, Mama. Stimmt. So. Bitte sehr. Guten Appetit. Danke. Und viel Spaß. Schmeckst du dir? Lecker. Das war cool. Ich fand am besten, wie der Löwe den Schatz in der Höhle entdeckt hat. Ja. Und der Affe, der sich als Pirat verkleidet hat, war toll. Wollen wir auch Schatzsuche spielen? Oh, ja. Ohne mich. Los, komm mit. Ja, spielen wir. Das ist Toppels Schiff. Ja, und Teddy ist auf einer Insel. Ja. Komm mit. Zusammen fahren wir nach Trudelland. Was ist das denn? Trudelland? Trudelland ist im Badezimmer. Da trudeln nämlich gleich alle ein. Ach, nö. Jetzt schon. Können wir nicht noch ein bisschen? Doch. Aber nach dem Zähneputzen, okay? Ist gut. Okay. Ich hab nur eine Sanduhr. Was? Eine Sanduhr. Da rieselt der Sand ganz... Da rieselt der Sand ganz leise durch. Aha. Das ist witzig. Jetzt hat sie mir in den Finger gebissen. Hey, seid ihr endlich fertig? Ja, gleich. Nee, jetzt muss ich mal. Na schön. Komm, Conny. Okay. Trudeln wir später bei der Zähne. Pssst. Hey, Julia. Ach, ich bin ja. Julia. Na, wartet. Euch kriege ich. Das denkst du dir. Achtung. Attacke. Moment. Jetzt hab ich euch aufgedacht. Ihr meint, wo ich treff euch hin. So. Ha. Oh, wartet, ihr Schlingel. Euch schnapp ich mir. Wer sich retten will, flieht ins Bett. Schnell, Julia. Bin schon drin. Oh nein. Siehst du, so schnell geht das. Mich kriegst du nicht. Meinst du? Ich komm gleich zu dir. Ich bin schon weg. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Na, ist es schön gemütlich und warm genug? Mhm. Wir singen abends immer ein Gute-Nacht-Lied. Hast du eins, das du am liebsten magst? Mama und Papa lesen mir immer eine Geschichte vor. Dann sing doch Schlaf ein, kleine Sonne. Ja, mach ich. Schlaf ein, kleine Sonne. Kleine Sonne, schlaf ein. Die leuchtenden Sterne wollen im Traum bei dir sein. Schlaf ein, kleine Sonne. Mach die Äuglein zu. Schön, dass du heute bei uns schläfst. Träum was Tolles. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht. Gute Nacht, Mama. Julia, schläfst du schon? Ihr habt es gut. Ihr könnt jetzt schlafen. Gute Nacht. Conny. Was ist denn? Ich kann nicht schlafen. Willst du zu mir ins Bett kommen? Hm. Mhm. Guck mal, was Leon mir gezeigt hat. Das sieht ja gruselig aus. Mach du mal. Bäh. Ich habe auch eine Idee. Guck mal. Rate mal, was das ist. Eine Hexe? Nein. Ein Meerschweinchen? Nein. Leon. Ah. Und was ist das hier? Ein Vogel? Nein, eine Fledermaus. Ich habe schon mal eine gesehen. Echt? Sehen die wirklich so aus? Ja. Und die haben solche Ohren. Und die schlafen so kopfüber. Huch? Ähm, Conny? Guten Morgen. Ach, da bist du. Und? Habt ihr gut geschlafen? Ja, sehr gut. Supergut. Ach, und ich dachte, ihr wolltet die ganze Nacht aufbleiben. Können wir doch noch. Weißt du was? Ich schlafe nächste Woche bei Conny. souls None. schlafen.